Vor rund eineinhalb Jahren lieferten sich Iris, 57, und Peter Klein, 57, eine mediale Schlammschlacht. Nachdem er sie angebliche mit Yvonne Wölke, 42, in Australien betrogen hatte, zog Iris Hals über Kopf aus der gemeinsamen Mallorca-Fenca aus. Monatelang stretten sich die drei in der Öffentlichkeit. Mittlerweile ist zwar etwas Ruhe eingekehrt, die Scheidung ist aber immer noch nicht durch. Darum sind Iris und Peter Klein noch nicht geschieden. Vor einem Jahr schimpfte Iris bereits, dass ihr Ex nicht einem Eilverfahren in Spanien zustimmen würde. Peter behauptete dagegen, dass ihm eine hohe Geldsumme zustehen würde, weshalb er sich lieber in Deutschland scheiden lassen wollte. Bei einer Scheidung gibt es aus Gutum Grundrechte der Beteiligten und Gesetze, die entscheiden. Berlin ist hier Gerichtsstand, da dort alle Fälle von im Ausland lebenden deutschen Staatsbürgern behandelt werden, erklärte Peter damals. Mittlerweile haben sich die Streitherne geeinigt. Ich werde Peter die 100.000 Euro geben. In zwei Raten, dieses und nächstes Jahr. Dann hoffe ich, dass die Scheidung innerhalb der nächsten drei Monate durch ist. Ich bin froh, wenn das Kapitel endlich abgeschlossen ist, erklärte Iris im Mai 2024 der Bild. Doch daraus wurde bisher nichts. Warum? Auf die Frage eines Fans, ob die Scheidung mittlerweile durch ist, antwortete Iris auf Instagram. Leider noch nicht, da ja gerade Urlaubszeit ist. Wir warten immer noch auf einen Termin und sind dann alle froh, wenn das Thema erledigt ist. Ein liebes Comeback kommt für Iris nicht mehr in die Tüte. Für mich persönlich würde das niemals funktionieren, wenn das Vertrauen weg ist, denn das ist die Basis einer Beziehung. Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Vorbei ist vorbei. Außerdem hat sie ja einen neuen Mann an ihrer Seite, Freund Stefan.